Yo, jetzt muss ich also... Wo muss ich jetzt hin? Ich habe vorher nicht zugehört. Und zwar und was muss ich tun? So, schwimmen wir in der Schüssel. Gut, dann gehen wir doch mal dorthin. Welches dreckige Scheißloch ist denn das? Ja, wieso muss ich jetzt wieder hier rein? Wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch etwas zu erledigen. Verzeihung, aber ihr müsst jetzt gehen. Ich muss jetzt abschließen. Gut, dann eben nicht. So bitte, wenn die meine Hilfe so nicht will. Okay, was habe ich jetzt wieder gemacht? Was ist? Was ist? Okay, Mage's Guild. Das wird es nicht sein. Das sieht schon eher danach aus. So mit den ganzen Schwertern. Ja. Yo, was dann? Versteckt. Ihr habt euch bisher sehr gut geschlagen. Ich habe... Yeah, ich habe den Stand eines Schildes. Geht und tübt irgendetwas Schmerzen zu. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwie Zeugs einlagern kann. Naja, rasten wir mal. Gut, das sollte dann auch reichen. Oh nein. Ich lese das lieber nicht. Gut morgen. Falls ihr das lesen wolltet, könnt ihr anhalten. Aber ich muss jetzt mal... Irgendwelche aktiv... Nein! Wieso Sonnenjurden? Ich werde nachher dringend jemanden essen müssen. Kurzes Häppchen. Insofern ist auch die Frau Gurgan dort. Da könnte man sich einen Schlüssel klauen. Fick dich. Na ja, gehen wir mal hier rein. Und warten dann... Nein, ich dachte schon... Das reicht schon. Jaaa... Wann schließt der seine scheiß Haustür an? Ah! Dump noch mal. Gut. Hier können wir rein. Jetzt warten wir wieder ein Stündchen. Schön. Und wieder raus. Und wieder rüber. Jetzt wirklich? Es ist 12 Uhr mittags, verdammt nochmal. Seid gegrüßt. Ha! Das ist auch cool. Super! Man kann also, wenn man an einem Ort verletzt ist, und wo man ständig weiter verletzt wird, warten. Und dann davon sterben. Wow! Bäh! Seid gegrüßt, kaiserlicher Bruder. Haben die nicht irgendwie eine Hintertür oder sowas? Das ist aber... Leute, das ist echt zum Kotzen sowas. Vor allem will ich nur... mit Gurga anreden. Cool. Ja. Ja. Noch eine Stunde. Ihr benötigt meine Hilfe. Nein, brauche ich nicht. Aber... Ich brauche dringend... ...den guten Gurgan sprechen. Na ja. Wie ist das... ...dann das Werte befinden? Ey Leute, es kotzt mich an. Ich warte jetzt einfach... ...immer. Bis... ...bis es irgendwann klappt. Und dieser Sonnenschaden geht mir so auf den Pisse. Man will den Leuten helfen und sie schießen ihre scheiß Haustüre. Mann. Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Hallo! Ich bin mit euch. Ja. Ja. Fick dich. Was denn nun schon wieder? Fick dich, Gurgan. Fick dich einfach nur. Ich habe es so satt. Wie geht's? Wie geht's? Ich geh jetzt irgendwo rein, hol dir was zu naschen und verpiss mich dann wieder. Wie geht's? Vampirismus ist echt zum Kotzen. Ja. 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 Naja, scheiß drauf. Auch hier. Ahh, was finde ich. Okay, warten wir bis alle pennen. Oder so. Ich, ich. Ich brauchte eigentlich noch kurz einen neuen Auftrag fassen. Ja, ich will keinen wiedersehen. Grüße. Ja, ha. Irgendom muss es doch irgendwas zu tun geben. Hallo. Da ist jetzt der große Chef wieder hin. Genau. Er Auftrag. Gut. Dann. Erledigen wir das mal. Oh, sorry. Na ja. Das wird schon werden. Äh, nein. Ampirismus. Fick dich. Aber man braucht doch so beschissen viele Seelenstein. Was? Denkt ihr? Das Schicksal von... Ah, ich hab die Quest noch gar nicht als erste festgelegt, oder? Ja. Gut. Quatsch. Könnte sich hier wiederholen? Absolut nicht. Bis spät. Ja. Schon. Hm. Ja. 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 kommen immer nachts, wenn ich schon im Bett bin. Vielleicht transportiert sie ja einen Magier in meinen Laden. Ihr könnt... Cool. Auf Wiedersehen. Also, dann müssen wir jetzt wohl hier drin bleiben, ne? Wir warten jetzt einfach ein wenig. Tja. Wir stecken uns jetzt hier. Aber ich merke ja nicht, dass irgend so viele Leute da sind. Du feuer Schleppst. Hey, gerade erst auf, du erbarmlicher Wurf. Ah. 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 Ah ja. Kommt da. naja gut knapp aber wir haben es